Ja, Leute, auf Ruhe, wir können ihn ja dann mit Pickup mitnehmen oder sowas. Macht das scheiß Quack kaputt oder so. Wie viele Leute passen denn da rein? Passt genug rein. Ja. Also einer sollte auf jeden Fall noch auf einer anderen Fläche passen. Wie sind denn sechs Leute so schuld? WTF, ich bin über den Pickup drüber gesprungen. Auma. Und ich lieg wieder auf der Seite. Gleich hast du nur noch hinterm Berg. Bisschen hätte ich ja verdient, was? Wir fesseln Blechi und dann stoppen wir in die Kacklöse in die Fresse. Ja, ich hab schon gesehen gerade. Aber ich muss schnell machen, weil sonst bin ich hier voll schon wieder. Basteln. Ja, genau, das mein ich nicht. Scheiße. Hat jemand von euch Hunger oder so? Ja, ja. Bär. Wikinger. Ja, gib doch was ab, dann können wir dir wieder was zustecken. Warte mal. W-Wikinger. Geländewagen, Beifahrer, Beifahrer, fünf Beifahrersitze hat der. Ja. Scheiße. Also sechs Leute. Wir brauchen das Quart. Wir brauchen ja noch einiges. Wir brauchen ja noch einiges. Aber morgen früh bin ich nicht da. Ich bin erst morgen Abend ein, zwei Uhr Uhr. Na ja, dann morgen Abend. Na ja, wir bräuchten halt noch die Batterien von Killer, weil jetzt noch Batterien fahren. Hast du seine Telefonnummer? Nee. Nee. Ich wohne nicht. Ich sehe hier immer einen Killer oder, also ich weiß nicht, ob der von mir ist, der spielt immer einen Contact Strike, aber das ist nicht unsere, glaube ich. Killer ist in Steam Online, nur abwesend. Ach ja? Oh. Hast du wieder 30 von mir gekriegt? Schon gesehen, ja. Ja, bitte, ich warte. Logan Black verbindet, Blechi. Du haust ihn mir auf den Kopf. Äh? Nee, ernsthaft jetzt? Wie du doch schön den Kopf hinziehst, ne? Ach. Ja, los, komm, Alter. Die Throws. Hä, da steht da drin, wo Logan Black verbindet. Nicht Mike? Ja, da stand gerade bei mir im Chat, dass du in der Gruppe gesagt hast, Logan Black verbindet. Machste gut. Ja, verbindet vielleicht. Und der eigentlich was mir warst du dahin, ne? So, sein Quad ist kaputt. Warte, Quad ist kaputt? Scheiße. Scheiße. Ja. Ja. Ja, ich logge mich denn hier aus und dann kann er mitfahren. Dann müssen, sag ihm das mal in der Hand. Ähm, hier, Ripley. Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht, du. Die gute ist, würde ich mal die schlechte zuerst nehmen. Okay. Ja, dein Quad hast du irgendwie dahin gerafft. Oh, ihr habt den Pick-Up frei. Der Pick-Up liegt auf dem Dach. Die gute ist unser... Nein, jetzt klemmt er am Baum auf der Seite. Warte mal, der Pick-Up ist frei, aber liegt auf der Seite. Ja. Hier ist gerade einer mit einer Sportlimo angekommen. Sollen wir den mal fragen? Ja, das ist der Don... die Donnenbande hier. Frachen wir mal, ob man seine Sportlimo bekommt. Oh, zu ihm. Gut, dass du das kommen bist. Wir hätten da mal einen kleinen Gefallen. Oder eine Frage. Wir haben uns gerade hier von den letzten Herrn Ripley einen Quad ausgeliehen. Klaut ihr jetzt die Sportlimo? Um unseren Pick-Up zu befreien. Ja, der Befallungsversuch ist sehr gut geglückt bis jetzt. Allerdings hat das Cross da hingerafft und der Pick-Up liegt irgendwie so halb auf der Seite. Ich hab den jetzt so zwischen Stein vergleichen können. Unser Geländewagen da mal rauszudrücken. Wenn, dann kann ich das mal selber versuchen. Ja, das selber ist auch, wo steht der neuer Geländewagen. Fahr mal mit, Mike. Moment, ich zeig's dir. Komm, wir gehen mal kurz zum Auto. Oh ne, ist das peinlich. Markierst du da noch eine Karte? Wo steht denn der mit dem Auto? Da unten. Ich habe schon mehr ein D-Sing. Ach ja? Dann geht es gut oder los? Ja, genau. Der, der die ganzen Läuse und die Farbe hat, fliegt raus. Nein! Aber Farbe schneid auf hier, nicht falls wirklich was passiert. Wir brauchen den Aufruhr da. Da muss die Farbe drin sein. Hier ist gerade die UCD-Sing bei den Typen in der Karre. Bei mir auch. Ah, jetzt wieder. Hast du das mit mir auf der Map markiert? Ja. Ja, er fährt trotzdem mit. Vielleicht könnt ihr den Quart noch retten. Ne, das Quart ist komplett geheimat. Das ist kurz zum Explodieren. Okay. Wenn ich hole, ich gleich einen Heli, dann soll er mich nach Kavala fahren. Der will Läuse sammeln, der Typ. Ja, kriegt er halt ein paar von uns, dass er uns fährt. Oder so. Ja. Ja. Blechi, dir darf man nix in die Hand nehmen. Kein Stöder. Ja, da kann ich nix dafür. Na, mittlerweile ist das ne... Das ist auch kein Zufall. Das du kannst nix dafür. Das ist kein Zufall. Ja, hier, Big Mike, ihr seid da. Da fühlt man Déjà-vu, aber jeden Tag. Ey, wir haben kein Auto geschrottet, kein Heli geschrottet, wo du im Urlaub warst. Ja, du Sack, Alter. Sag, ich liebe dich. Ja, du Dreck-Sau. Was macht der jetzt, Big Mike? Ich hab gesagt, ich steig mal kurz aus. Was willst du hier doch machen? Einfach die Situation, das musst du gerade sehen, ey. Auf dem Hügel liegt das Quad, voll verpeilt. Der Off-Rooter hängt halb im Bauch. Oh, und Blechi steht da und hat fertig gespielt. Ich würde jetzt so lachen, würde der Pick-Up in die Luft fliegen und ihn töten. Oh mein Scheiß. Er soll's weiterprobieren, er bewegt sich. Er versucht, glaube ich, von hinten anzustupsen jetzt. Von hinten, aber, der steht da drauf, da steht da drauf. Achte, Läuse, nächste Farbe, fünf grünen haben wir schon. Wie viele Läuse braucht ihr für eine Farbe? Fünf noch, für die nächste Farbe, fünf. 50 allgemein, ne? Ja, es hat dir 50 gegeben, du kannst aber nur 28 tragen, naja. Ja, okay, jetzt bin ich schon wieder voll hier, oder? Bei mir bewegt jetzt kein Millimeter-Blöchig. Ach, du, 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 Handy-Batterie. Vielleicht mal von oben stupsen, ist vielleicht sinnvoller, oder? Bitte keine Läuse geben wir jetzt gerade? Mhm. Ja, die kriegen wir ja eh immer wieder. Ja, das kannst du kaum erwarten, Alter. Auf zu schnurren, du Sau. Und nächstes Mal rasierst du dich doch nur Schwein. Mach mal die Scheibe auf, du siehst ja gar nicht. Bis zum nächsten Mal. Aber das, was hier André gemacht hat, auch kurz. Erstmal schön dahinter, wunz, wunz, wunz. Richtig Gangbang. Wir haben auch keine Munitionstaschen hier, Wessel. Das sind Kondome, halt. Alter, was machen die denn da hinten? Klappt das noch, oder nicht? Lebt ihr noch? Lebt ihr noch? Wir leben noch, aber das ist nichts, das ist sehr wagen, das ist Sinn. Und fragt mal, ob er euch da irgendwie nach Kavala bringt. Ja, Blechi ist gerade am reden. Wollen wir ihm 50 Läuse geben, dann fährt er aus der Handy-Garage, ist das okay? Ja, natürlich, ja, klar. Ja, 50 ist kein Ding, das sind wir in der Schule drüben hier. Äh, ja. Wie er da steht, Alter, wie so ein Vergewaltiger hier, der González, ey. Tschüss, ihr. Sag mal, da ist ja eine deutsche Fahne drauf auf dem Pulli, Alter. Ja. Ach, das ist denn, Leute, das sieht doch aus wie ein Bundeswehr-Pulli. Ja, geil, ne? Deswegen, ja. Das sind Gruffing immer den. Kommt richtig gut, ey. Das ist, was, wie bei uns das Gala-Logo, Mike. Ja, so ungefähr. Ey, wollen wir, soll ich euch uns ein Logo machen? Klar. Ja, aber ein Black. Ja, aber habt ihr irgendwelche Vorstellungen, oder sowas? Ein Black Panther, da. Black Power. Ein Panther mit einer deutschen Flagge drunter. Echt? Mach ich. Das wär cool, ey. Also, wär mein Vorschlag. Ja. Wenn ich was der Özi sagt, ne Zugspitze mit einer Fahne umdruf, oder so. Ne, mir ist das egal, du. Eine Wiener Wurst. Ne, das ist nicht so. An Masch-Group. Die große, auch Pro, da ist nicht mehr zu retten, Kumpel. Aber, Abholung ist unterwegs. Wir kommen jetzt mit dem Heli vorbei, und dann nehmen wir dich mit, wenn du möchtest. Das. Das hört sich... Oh, Alter, der redet im Side-Shit. Das hört sich doch super an. Der redet im Side-Shit. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Leider immer zu spät, wenn man das bemerkt. Ja, kennen wir. Jungs, Nachschub. Eine neutrale Person kommt schon unter einen Schenkel. Irgendwas sagst du dazu? Irgendwie, ja, Quarteteil kaputt, mit der schöne Entschädigung. Als Entschädigung will unser Kollege dir gerne ein bisschen rumkrabbeln. Ein bisschen rumkrabbeln. Gleich, gleich. Muss ich nur so da hinstellen. Nur so da hinstellen. Und dann legt er schon los. Dann legt er schon los. Ne, danke, das hatte ich heute schon. Und Quart, ne, ist auch kein Problem. Da habe ich, glaube ich, noch 20 in der Garage. Oder wo ich sage, dass ich mich mal geahre. Na, alles klar. Wir wollen ja nicht so lange für Stahl sein als Hotel. Du weißt gar nicht, was dir da entgeht. Mein Bruder Ramirez war in Mexico bekannter für. Für seine Fertigkeiten. Ah, nicht klar. Mal eins sagen. Der nimmt den so tief in den Hals, deine Pimmelspitze wird schon von der Magensäure angeflächelt. Klingt doch mal lachend. Ich komme nicht dazu, Alter, warum zu machen. Das habt ihr mir echt schöner gemacht. Der Typ, wo sein Quot ist. Der haut raus, weil du sein Pippen, die mit seiner Halbstecksplitter schon und seiner Magensäure angeflächelt. Das ist das Beste. Noch mal was. Hier, Peper hat gerade gesagt zu dem Typen, dem wir das Quot abgenommen haben. Ja. Hier, Mike hat angeboten, dass er ihnen dafür hier einen Keul muss er einfach nur so dahin stellen und dann fängt er schon an. Und dann hat Phil gesagt, mein Bruder Ramirez war dafür sehr bekannt für seine Fertigkeiten. Oh Mann. Ich bin so sprachlos. Der Don Leon will sich auch grüne Farbe herstellen. Also können wir ihm eine grüne Farbe geben. Ich komme jetzt mit dem Helikrad geflogen. Guck mal, ein anderer. Nein, der ist schon fertig. Mir geht das immer ein bisschen schneller. Der mag es nicht. Ich habe schon mehr ein B-Sync hier, Alter. Ich habe noch 12 HP, Alter. Ich sehe kaum was. Nein. Nur 12 HP.